okay gott wir müssen uns anmelden panik erster ich hab das auf dich gedrückt ich bin und das kann man ja auch zeichnen an der stelle ist ja cool mit maus gar nicht so leicht an der stelle aber krieg ich hin der wick finde ich gut lasst den wick in ruhe der wick der wicke das ist gar nicht wie man das instrument nennt was er jetzt gerade gespielt wird hier das dazu ja achtet das hat banjo und kassi ich hab's verstanden jungs habt ihr alle abgesendet ja ja dann fang ich an guck mal was so ein schönes schild ich hab ich wollte zuerst ein stück scheiße malen dann hab ich gedacht mal doch eine erdbeere dann konnte ich nicht wegradieren deswegen ist es so eine mischung aus beidem ist aufgefallen dass es das gleiche ergebnis geworden wäre ja ich wollte eine kaffee ich dachte so ein keks was so schön ist natürlich natürlich nicht gemacht habe hallo ich bin der wick hallo wick hallo keks hallo ricos und der keks ich möchte ich möchte wunderschöne bilder machen für die ganze stadt der sohn von frau schulz david hat schon angefangen zu zeichnen aber er wurde von einem komischen hund abgelenkt bevor er das ende malen konnte wie kann man das was man anfängt nicht zu ende bringen ja eben man startet was und dann sollte man doch eigentlich auch wir glauben hier an die demokratie ok zeichnen wir dann gleichzeitig oder funktionieren wir zeichnen gleichzeitig und dann dürfen ricos und ich das für uns persönlich besseren nehmen welches mehr potenzial hätte weiter gezeichnet zu werden ok weil das was wir dann wählen wird dann von ricos und ihr wisst nicht wer was gemalt hat genau da bin ich mir sogar unsicher kann auch nicht malen gerade sehen wir es nicht jetzt müsst ihr malen können von ricos und ich dürfen sachen verteilen ihr kriegt auberginen von mir liebe ist einfach dazu zu tanzen die zeit läuft ab vereilung ach wie cool ich wusste nicht dass man unterbrochen wird ja das ist geplant weil man danach weiter zeichnen soll genau aber das ist ja mal schauen wie es gelaufen ist wir können eine eidechse gegenüber einer katze bevorzugen eine schlange das ist eine schlange hallo ja ok dann kann ich es verstehen das ist eine das ist eine eidechse ohne armen und beine hallo das ist eine gentleman schlange gentleschlange oh der bonus an die zeichnung mit den meisten lilanen bananen oder was auch immer das sein soll hä was ist das das sind äh sachen die ricos und ich verteilt haben das sind auberginen gewesen weil das kann man während des zeichnens machen ach und jetzt kriegt ihr das und dürft das weiter zeichnen ach ja cool ha 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 so gut so gut so gut ist es so gut müssen wir das gleich auch wieder weiter zeichnen ja ich denke ich war das und ich nicht okay gut in meinem fall alle sind ja das war schon besser die ärmel sind nicht so gelungen wie ich mir das vorgestellt habe die ärmel die triggern mich gerade wirklich ich weiß Du hast nicht nachgemacht, der Junge. Du hast nicht nachgemacht. Okay, zählen wir mal nach. Ja. Meine Kunst. Das ist nur wegen dem G-Stock. Stimmt, der G-Stock macht viel, ja. Ja, ja. Als nächstes. Oh, jetzt darf ich mich zurücklegen, das ist schön. Was soll ich denn dazu noch zeichnen? Ja, das darfst du ausdenken. Ja, das darfst du verteilen wieder ein paar Sachen. Scheiße, ich weiß nicht, was ich zeichnen soll. Zeit zu wählen. Das ist irgendwie geil. Schwierig zu entscheiden jetzt, muss ich sagen. Aber trotzdem ein eindeutiger Sieg. Puh. Schon sexy, der Borsche. Ja. Ein Promi. Ja. Das macht schon Spaß, das ist cool. Muss halt schnell sein, ne. Ja, der muss halt schnell was einfallen lassen. Ja, der muss halt schnell irgendwas, äh. Oh, ich find den Namen cool. Ich find's auch lustig, wie die Fliege als einzige blau ist und der Rest kommt nicht raus. Ja, also. Der ist voll geil. Okay. Find ich alle gut, tatsächlich. Oh. 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 Ist das das Haustier von Rekustar? Ja. Vermutlich. Donch Longus. Oh. Ne, das ist ein Tattoo meiner Kuh. Ach so. Ah, geil. Von einer oder von allen? Von allen natürlich. Das kriegen wir alle. Das ist so, so. Gebranntmarkt. Das ist die, das Brandzeichen. Ich will die nicht, ich will die nicht verbrennen, ich will die nicht so sehr wehtun, deswegen gibt's nur ne aufgemaltes Tattoo. Aber Barry. Also ein Abziehtattoo quasi. Das geht nach zwei Tagen wieder weg. Genau. Aber auch bald im Gentle Idiot Shop, oder? Ja. Sehr gut. Brauch ich mir. Äh. Künstlermützen auf. Los. Okay. Ach man. Wie viel Zeit hab ich? Ich will auch mal anfangen. Ich auch. Ah ne. Ich möchte hier anfangen. Oh, die ne cooli, Digga. Die Zeit läuft ab. Kommt zum Schluss. Zeit fürs Wählen. Sehen beide gut aus. Haha. Sehr schön. Das wird doch richtig zur Kunst. Mhm. Los. Hi. Ciao. Hello. Ja, das war's. Oh, 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 oh. Verständlich, verständlich. Ich finde es so interessant, dass meine ursprüngliche Interimitation einfach Rikos was ganz anderes draus macht. Das ist aber auch der Plan. Ja, super. Dann muss ich wieder was machen, was weiß ich denn. Gib dir Mühe. Stimmt ab. Ich finde es echt schwer, das Spiel, weil du ja, du musst erst mal eine Idee haben und das hat so wenig Zeit, da irgendwas zu zeichnen. Du musst jetzt sofort loslegen. Jaja, das ist echt heftig. Das sieht total geil aus. Du hast es nicht. Mann, das kann man doch machen. Ah. Das ist schon gut gelungen jetzt. Also. Okay, zählen wir mal nach. Wie ich dir nächstes geben warst du, ne? Ja. Ja. Was sollte das denn bei dem zweiten da sein? Das sollte der Sternschule werden, ja. Und dann wollte ich noch eine Gedankenblase machen und der nächste kann es dann ausfüllen. Das sieht total cool aus. Ja, du musst sofort irgendwas zeichnen, wenn du nachdenkst, hast du schon verloren. Das ist genau das, ja. Ja. Ich hab den Boxsack ein bisschen verkackt vielleicht. Okay. Ah. Okay. Sucht euch den Besten raus und stimmt ab. Finde ich gut. Finde die alle. Finde die rechts, finde ich super. Der ist wirklich schöner. Der Schnurzbärt. Das ist total cool. Wie witzig ist das am Anfang, wie diese Nase eigentlich noch war, ne? Also jetzt im Endeffekt. War das nicht zuerst noch eine Ente? Ja, eigentlich schon. Ja, eigentlich eine Ente, ne? Aber das hab ich nicht eingesehen. Ich weiß nicht mehr, was ich gezeichnet hatte. Ich wollte ursprünglich einen Dickdarm machen mit der langen Nase, aber. Ich wollte einen Warlord machen. Auch gut. Ich wollte das erst im Mund nehmen. Ihr seid alle so talentiert. Ich möchte euch beauftragen, ein Porträt zu zeichnen, welches direkt in das Rathaus gehangen wird. Ja, klar. Okay. Gute Porträt. Wie viele nach unten sind das? Drei, vier wahrscheinlich auch wieder, ne? Hohes Zeichen. Äh, ja, sollte wieder. Als Teil unserer Versuche, das Budget des Landes aufzubrauchen, möchte ich das Rathaus mit Porträts unserer Einwohner füllen. Ich schnapp mir einfach flott das Kritzeldorfer Telefonbuch, schlag irgendeine Seite auf. Ach, dieses Gelaber, ey. Ja. Da habt ihr's. Ein großartiges Model für unser Porträt. Äh, Sir, ich habe keinen blassen Schimmer, wer das ist. Ach, du weißt, wen ich meine. Die haben früher auf dem Bauernhof Meissschuhe verkauft und haben dann... Meissschuhe. Mir fehlt hier auch irgendwie so eine Taste, dass man so Sachen ausfüllen kann. Das ist... Ah, das ist richtig. Ich dachte, du hast gleich gesagt, eine Taste, womit man rückgängig machen kann. Ja, das auch. Weil das ist so das Übliche in dem Game. Ach nee, wobei, man kann doch oben rechts die Farbe wechseln. Du kannst die Farbe wechseln auf jeden Fall. Erlesse ich es jetzt. Ja, auch ich weiß nicht alles über Jackbox. Ah, fuck. Ah, aber man kann's auch löschen. Wie soll man dann... Fuck. Ich bin nicht so schnell. Irgendwie ist die Zeit ein bisschen kurz, oder? Die Zeit ist eher kurz. Ah, okay. Ach so. Oh Gott. Okay. Was haben wir jetzt einzeichnen? Sollen wir mal? Das mittlere... Ach so. Äh, das mittlere... Was? Hä? Egal, ich meine irgendwas. Das mittlere Gesicht. Ach, man sollte erst nur eins zeichnen, jetzt verstehe ich das. Ich hab's auch nicht gehofft. Ich auch nicht. Boah. Mann. Dieser Zeitdruck, der nimmt manchmal einen richtig die Chance, das so zu machen, wie man es eigentlich vorhat. Ist... Das find ich auch tatsächlich ein total ungeeignetes Bild für dieses Prinzip. Also diese, ne? Die Vorgabe. Bei diesen drei Eiern da. Und jetzt kommt Gesicht Nummer 3. Ja, was davon ist das letzte? Ja, genau. Ich bin zu links. Ist mir egal, ich mach einfach weiter und gut. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ich bin so ein schlechter Harte. Ich bin so ein schlechter Harte. Äh... Uh. Einfach nur, weil es sich so viel Mühe gegeben hat mit dem Hut, mit dem Strohhut. Hast du jetzt Ruffy und Zorro gemalt? Ich bin dabei. Hahahaha. Dann weiß ich, was da noch hin muss. Irgendwas, okay. Die Musik ist aber da, aber... Wie viel Zeit ist denn noch? Ah... Was ist das? Okay. Ah, Junge. Finkus und ich hatten denselben Gedanken. Ich denke, du hast die Haare einfach besser hinbekommen. Das muss ich schon zugeben. Oh, die Kippe ist noch da. Stimmt, aber ich habe dafür die Narbe auf dem Auge von Zorro. Finde ich okay. Ich wollte ja Narbe hinzeichnen und dann bist du die Buben schon dran. Wunderschön. Ich finde das so geworden, weil eine Frau drauf ist. Also sowas ähnliches. Ja eben. Das ist schon ein bisschen geil geworden. Das ist die Jakob-Familie. Ja. Keine Ahnung. Habt ihr das gescheckt, dass man am Anfang nur einen zeichnen sollte von den dreien? Ach, war das ist ja auch egal. Überhaupt nicht. Hauptsache, das ist lustig. Lesen Sie nicht eure Stähre, zeichnen auch nicht. Was wird denn aus euch? Ja, wir werden nichts hinbekommen wahrscheinlich. Nee. Yeah, die Singere an der Stelle, Alter. Ach, da kann man sich auch die Galerie nochmal angucken. Ich bin gleich wieder da. Ich muss mal ganz kurz in den gefließten Raum gehen. Ah. Sekunde. Okay, mach das. Schade, dass das Bild jetzt nicht noch am Ende angezeigt wird, das eine. Doch, die drei werden am Ende angezeigt. Ach so. Ach, auf der Seite. Warte, ich kann doch noch was zeichnen hier, hallo. Ah, du kannst doch. Wir können alle was zeichnen, oder? Ja, wir können alle was zeichnen. Nein, los, jetzt mal was Besseres als die anderen Kritzler. Sie stehen hier und warten nur auf dich. Warte, ich mach hier noch was. Bin beschäftigt. Kann die Folge nicht beenden, bevor was gemalt ist hier. Guck mal, ich mach das hier wieder schön. Mach auch was. Ich hab's sogar noch drüber bekommen, das hier. Nein, wer macht da was drüber, Mann? Das werde ich. Ich seh nicht, was du machst. Meine Kunst. Nein. Mann. Gemeinheit. Der Jongleur ist noch da. Er war da. Er war da, ja. Er war da. Aber bei mir kann man wenigstens in der Aufnahme nochmal sehen, was ich gemalt habe. Voll schön. Voll toll. Ach, das wird aber auch wieder weggelöst an der Stelle, okay? Ich hab's gemacht. Ach so. Wie, du kannst das machen und dich nicht? Ja, ich bin cool. Okay. Dann mach ich jetzt an der Stelle hier ein Wik-Chinese mal ich mal an der Stelle. Mal gucken, ob das klappt. Ja, einen Wik-Chinese, den mal ich auch mal. So, kann weitergehen. Ja. Guck mal, ich hab ein Tito gemalt. Ein Tito Wik-Chinese. Also vielleicht kriegst du das hin an der Stelle. Warum wird man da eine Linie nicht genommen? Egal. Ach ja. Wik-Chinese, mach dein Wik-Chinese fertig. Los. Ich soll es fertig machen? Ja, mach es fertig. Los. Okay. Ich streich den einfach durch. Wartig. Ja, wunderschön. Wo erfahrten wir jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Das wäre jetzt abschließend an der Stelle. Ja, lustiges Spiel an der Stelle. Weiß nicht, was ihr dachtet, aber ich finde... Ja, ist ganz cool. Das ist echt geil. Also, erst mal das Verständnis, dass du einfach nur ein Stück zeichnest und dann der Nächste dann das fortsetzen darf. Das fand ich lustig. Das war echt cool. Ja. Du kannst hier sogar von deinem wilden T-Shirt erstellen. Echt? Ja. Ja. Wo? Wollen wir weiter machen? Vielleicht einfach? Ja, gerne. Ich will aber gerne ein T-Shirt bestellen. Na gut. Dann halt nicht. Dann machen wir Schluss an der Stelle. Ja, kurzen Witz, ein lustiges Spiel. Gefällt mir sehr gut. Ist eine lustige Idee, auf jeden Fall. Würde ich gerne nochmal machen. Und, ja. Ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüssi. Tschüssi.